Ja, Halli und Hallö, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Mario Kart 8 Vortag mit dem lieben Kyron. Hi! Ähm, ja, wir spielen zu dritt. Hä, wo kommt der Typ her? Ähm, ja. Alles nachgeschaltet von uns. Eigentlich wollten wir ganz normal online spielen, allerdings funktioniert das irgendwie nicht, weil bei Kyron irgendwelche IP-Adressen und IP-Einstellungen falsch sind und er müsste dafür auf seinen scheiß WLAN-Router zugreifen. Und ich denke mir so, ey, wir wollen einfach nur Mario Kart 8 spielen, Nintendo. Ich will keinen Router einrichten wollen. What the fuck? Dann musst du allein für das Spielen von diesen Spielen musst du schon IT-Techniker... Es ist nicht wirklich kompliziert, aber er kann ja nicht auf seine Router zugreifen, weil sein Vater das Passwort hat, ansonsten wäre das halt kein Problem. Aber trotzdem, warum? Äh, wir sind sechser. Das gibt's nicht. Ah ja, das sind, äh, Computer, die ich mir eingestellt hab. Ja. Ich bin da, du hol mich mal ein, bitte. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal das Turnier öffentlicher Futter gepostet, das heißt vielleicht, äh, joinen noch ein paar Leute nach. Ähm, wir nehmen heute wahrscheinlich ein bisschen länger auf, weil es funktioniert ja nicht und ich hab mich voll gefreut, mit Kyron mal gedacht zu spielen. Jaaa. Wenn du wüsstest, ich hab mich die, ich hab den ganzen Tag mich schon gefreut, endlich mit dir spielen zu dürfen. Ja, das ist süß, weil... Ja, das ist süß, weil... Schön. Und dir? Ja, das ist süß, man! Mir geht's auch ganz, ganz toll, weil ich mit dem Mario Kart 8 spielt. Nee! Nach einer halben Stunde des Einrichtens. Ja. Wir wollten eigentlich schon um halb starten. Tja, dann... hab ich die Zeit übersehen und... dann hab ich mir so gedacht... Fuck. Ich wollte eigentlich mit Cyto spielen. Ja gut, ich hab nebenbei noch Crash spändig gut aufgenommen und hab fast einen Herzkasten bekommen. Ich weiß nicht, kam die Folge schon? Na, die erste kam schon, oder? Ja, die erste sollte schon gekommen sein, also. Ja. Ich bin Eftala! Ich bin... Zeta! Das gibt's nicht, ne? Ich hab mir eben was zu trinken. Bist du schon fertig? Boah, die... die Hunde ging ja voll schnell. War auch meine Lieblingsstrecke. Aber ich hab mal ne ernsthafte Frage. Ja, okay, Achtung. Warum bist du aus Nordrhein-Westfalen? Ich... Keine Ahnung, äh... Weil... Österreich... nicht toll ist und Nordrhein-Westfalen... ist mir einfach so eingefallen. Besser überhaupt Deutschland als gar kein Deutschland. Ach, kommst du Österreich nicht auswählen, oder wie? Oh ja, aber ich wollte nicht. Warum? Weil ich Österreich nicht mag. Das ist ein Kaffland. Das... Ich mag Österreich, weil du da wohnst. Ja, ich mag Deutschland am meisten, weil es einfach super ist und du überhaupt da wohnst. Da kann ich es mir mögen. Seitdem ich weiß, dass du da wohnst, ist Österreich, äh, ist Österreich, sag ich. Siehst du? Es macht böse Dinge mit mir. Es macht sich dich. Es macht sich dich. Ich komm nicht davon klar. Oh, da war das... Hi! Was? Kann ich eigentlich nach hinten schon? Hallo. Es ist mir bis jetzt noch nicht eingegangen. Hallo, Kyren! Hi! Ich bin hinter dir! Jetzt nicht mehr. Oh, ich bin der Erste! Aua! Ich bin runtergefallen. Bro! Ich hab mir weh getan. Oh, ich bin der Erste! Aua! Er ist komplett konzentriert. Ja, ich probier's an wenig. Er schweigt auch. Er schweigt auch. Total ist wahr. Ich bin der Erste Mensch, der in dem Spiel in der KD bekommt. Was? Das ist Mario K8. Da gibt's keine KD. Da gibt's nur, du gewinnst es dir, nur du verlierst es dir. Punkt. Ja, ich verließ grad gegen einen Bot. Hi! Hi! Oh, du bist von mir. Das war's. Das war's. Ich werde Luigi für die hier abschließenden Wies. Zweite. Danke! Wenn ich irgendwas itemmäßiges bekomme. Aber ich bin grad zu blöd hier. Abflug. Ich bin grad zu blöd zu twiften. Guck mal. Ich bin fünfter. Wie gibt's das? Das ist ein Metall für Mario für ne Schrotte. Ich flieg runter. Ihr flieg schon wieder runter. Was? Was ist das? Ich bin blöd. Ich bin dumm. Du bist nicht dumm. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Doch, ich bin siebter. Das gibt's auch nicht. Das merkt mich. Ich muss mich eigentlich in der Nasse kratzen. Aber... Oh Gott. ich weiß was ich mal ganz zu denken die siebenjährigen kinder die das spiel spielen dürfen und mit ihren freunden spielen dürfen wollen was was macht die weil die müssen so gesehen ein eigener guter einrichten damit sie überhaupt spielen dürfen mit ihren freunden ja pflanze das gibt es nicht die sitzen verzweifelt vor ihrer ruhe und weinen oder fragen ihre eltern und die alten spielen und dann die alten so starr ich denke ich will gerne hätte gucken ich war gerade das gibt's nicht guck lieber aporet das sein da muss ich mir weniger glücklich machen das geht einfacher bei youtube an lass mich in ruhe das wird die mutter dann zu ihrem siebenjährigen kinder zu zahlen das ist kindererziehung hoch 10 glaubst wie ich meine kinder gezogen habe ich habe zwar keiner war du hast schon kinder so will ich sie erziehen das hast du mir aber nicht jetzt also bis schon drüber wenn ich das weitergehe ich habe keine kinder das war jetzt nur so wenn ich kinder hätte dann würde ich das so machen ok kukaku aporet der zeigte wenigstens wie man ordentlich pranks machen wenn du kinder als gibt es aber nicht mehr naja stimmt dann gibt es seinen sohn ab wie heißt denn er dann abruf 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 was nehme ich denn da wir haben es völlig mit mit spülen das ist aber schon für den photoshop war einfach nein okay und nur jetzt dass du bist warum kann ich das lied eigentlich auswendig ich kann sagen warum könnte er würde es hat er auch auswendig wenn ja schreibt sie in die kommentare schreibt die kompletten lyrics in die kommentare und kopiert sie nicht irgendwoher ich möchte ein video von euch wie ihr die lyrics selbst in die kommentare schreibt ohne dabei war das nachzugucken ihr müsst einen gesamten bildschirm und euer handy aufnehmen was bis heute wird es gleich ein ganzes video von so ein beweis video so können sie ja den lyrics einfach kopieren das ist ja ich kann ich weiß es nicht darum ich fliegend bananen stop killing yourself ok ein bisschen blöd dass mich keiner einholt ich hätte die kommentare schmerzen ist aber nicht langweilig mann meine bananen aha ok es hat das entspricht aha das ist nicht so angehört aha bananen genau ich denke so bitteschön das ist so assi von mir gerade ok ne ich das connecte jetzt vom diskuss das war's mit uns ich hab dich nie gekannt ich bin zwar immer noch erster aber hast du noch ein paar nein jetzt gerade nicht warte noch ein bisschen warte noch ein paar sekunden dann kann ich es dir sagen du kommst mir entgegen ja mir war langweilig ich hab umgedreht was was das hat ich für die da vorne war es zu eigen ja ok ok dann darf ich zum ersten mal jester san naja ja nein ich fliege unter ich auch huiii he 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 Sidi und Kairan nehmen das spiel nicht ernst ne wieso auch NEIN ich hasse NEIN NEIN fuck war das krass oh ich bin zweiter noch ich bin der netteste freund ever ohne witz ich hätte dich eigentlich vorlassen es sollen ich wollte es auch ich bin der netteste freund ever ohne witz ich hätte dich eigentlich vorlassen aber es reicht mir wenn ich mit dir I hate you I love you I want you ich weiß nicht wie so ich sehen kam gerade etwas unerwartet im aber es war irgendwie jetzt erbte so in ortzeit bei uns ist alaska echt extrem sogar zum ersten mal dieses Jahr Oh, wow. 2017 ist ja auch schon so ein altes Jahr. Ja, hallo, das hat schon seine vier Tage auf dem Buckel. Und dieses Video rauskommt sogar sie. Nee, hat das ja dann noch gesagt. Ach, ich glaub, der Montag muss ja der Öfter sein. Junior! Kyren! Junior! Kyren! 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 Hi. Hi. Bitte friss mich mit deiner Pflanze auf. Die frisst niemanden, die hackt dich nur. Die hackt mich nur, das ist ja nett. Ach, hack mit umarmen. Ich hab grad gedacht, du meinst, hack wie zerhacken. Die hackfleischhackende zerhackende Pflanze. Ah! Ich hab' zuerst mal den Abflug. Was warst du, Södo? Was hast du mich nicht? Kyren und Södo, Mario, keine Profis. Absolut. Ich mein, hallo, ich bin... Ich bin ausgelernter... Mario Kart-Fahrer. Ausgüste? Ah! Das ist einfach eine Ausbildung. Okay. Alter, das wäre mega cool. Wenn's das als Ausbildung gäbe, würde ich sofort machen, den Job. Mario Kart-Fahrer. Ich auch. Wir gründen einfach ne Firma und machen das. Ja? Ist schon nicht. Hallo, Kyren! Es gibt ja auch schon YouTube als... Aua! Nein! Ich hab' ja auch wie ein Abflug gemacht. Kyren! Södo! Kyren! Södo! Ich bin in Tordina. Yay! Aua! Ah, du... Du dufkopf! Haha! Nein! Was hast du verdient? Hehehehe! Das ist sicher, der hat so passiert. Ich krieg ne Münze! Ich auch. Du, ein Drecksgeschenkpaket. Wir sind Münzenbros. Wie viele hast du? Sieben. Ich hab' nur zwei! Ich hab' echt wenig Geld. Also den First-Und kann ich mir schon leisten mit 2 Euro. Mit 2 Euro, ja doch! First-Und sind billiger geworden. Die kosten nur die 2 Euro. Uh, hohohohohoho. Du bist auch glaube ich habe, bei Murphalless jetzt nachgefragt. Das musste ich mal schauen. Was die so sagen, für den Preis. Die haben nämlich wieder rum... so in der art ich fühle mich grad voll schlecht das weißt du hoffentlich das war doch freiwillig ja trotzdem du bist der der die videos aufnimmt ja und ist doch egal die leute wissen ja sowieso dass ich gewonnen hätte sehr nett da muss ich erst mal das disco quitten warte nein ist nicht raus hauptsache bei kino steht dran spielt kugel ich wusste nicht dass google kommen spiel ist nein das hast du du hast nicht die map gewählt wenn die jetzt kommt kugel oh mein gott zum glück ich wagte mich nicht das ist die map wo mein schreibtischdorf gegangen ist damals in wie in wie überhaupt auch spielt google also hast du das mitbekommen von eric wie ich und also da warst du gar nicht da glaubst du was eric 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 we now call him eric the american way of life also was wolltest du gerade sagen bevor ich angefangen habe wie ein irr zu schreien äh glaubst du was mal eric gespielt hat lol hat er verkürzen gespielt nein er hat sex gespielt es ist einfach so gestanden eric spielt gerade hahaha ich hatte eine banane hinten dran ja ich wusste du bist ein lügender voll ein lügen der knuffiger oh mein gott wer das ich krieg eine münze danke spiel ich bin mobb mich mein kopf juckt ich muss ihn kratzen und weiterfahren hilfe ja ich spiele mit bewegungssteuerung lasst mich jetzt meine nase auch noch warum ist das leben so gemeint zu mir ich meine mein total weit weg mein kopf juckt während ich mario kart 8 fahren tun ja das leben ist nicht und das und wir uns nicht getroffen das ist unfair kannst du die ja kein auto möchtest du dich kurz stehen bleiben ich habe da was für dich und ich hatte da was für dich ich habe gerade ernsthaft zwei auf einmal geschossen und ich habe keine verloren es ist komisch jetzt Ich habe gerade eine geschossen. Wir gründen bald eine Boyband. Wir nennen sie Ohrenkriegs. Ja, es ruft mein Vater an. Warte kurz. Warum? Weil du zu laut warst. Weißt du, dass man das voll laut im Discord hört und dass ich das jetzt rausschneiden muss? Das hat man volle Kanne gehört. Ja, du weißt doch jetzt, wie mein Vater drauf ist. Gut, dass ich gerade alleine bin. Meine Eltern sind nicht da. Ja! War du glücklicher? Du kannst gerne verweichern. Ich warte gerne, dass du Stunden auf das. Ich will den nur wegen dir kommen. Nicht ein. Wie, welcher Platz bin ich denn? Dritter. Luigi! Ja, den Spiel nicht. Ja, ich bin Yoshi. Ich weiß, deswegen ja. Mit dem Mario! Das klingt irgendwie nicht so süß. Mit dem Mario! Und es bringt... Und es bringt... Da muss ich erstmal... Ach. Da muss ich erstmal... Bis zum Wahnsinsten. Ja. Aua! Der blöde Frosch! Ich hasse ihn. Der Frosch ist unfair. Ich bin immer noch viert, obwohl ich den Twift voll ausnutze. Was? Hilfe, rote Panzer in mir. Mach einen Abflug, Mario. Ich muss jetzt mal das Feld ein bisschen aufholen von ihm. Weißt du an, was ich grad voll denken muss? An wem, hau. An dieses Video, dieses Mario Kart Racing, verarscht. Kennst du das, was du mit Mario-mäßig? Wahrscheinlich. Hallo, hey, tschee. Komm her, ich hab' ein... Ah, ja, das kennst. Oh my God, das Mario! Ja, es ist immer so hypersensibel bei diesen Spielen! Du kannst die Leute gut nachsprechen. Du solltest italienischer Synchronsprecher wählen. Da hab' ich nur Luigi vorgelassen und hab' ihn nicht wieder eingeholt. Werf, würd' ich sagen. Die alte Schmerzschmeißene... Schmerzten Boomerang nach mir und ich... Er trifft mich zum Glück nicht. Ich bin Vierte noch. Das pack' ich nicht. also jeder der was jeder der was gerne andere menschen hat hat kein herz schaut man den fetten an der der nippe jetzt habe ich eine strecke ausgerät du verstörst mich ja nicht aber dass wir nehmen jetzt das op beelend komm es kommt zu b-land hafenstadt ist ja auch was schönes Wenn ich mit dir fahren kann, ist es nur geil, was in der Strecke ist. Nächstes! Ah, davon ist Sydia! Was? Was? Au! Au! Und jetzt wieder auf Spitz! Nein, ich bin wieder abgesoffen! Drift to the Maximum! Wui! So. Als 12. macht es viel mehr, und ich bin ins Wasser gefallen. Und es darf, dass stille gewesen ist. Hallo? Ja? Ich bin gleich wieder fest. Ich bin nur noch ein bisschen hoch konzentriert. Bist du erster? Zweiter. Gleich erster. Ich weiß. Sag einmal die blaue Bombe. Danke, dass du auf den falschen schießt. Ich bin erster! Yay! Ja. Ja. Hehehe. Zack, 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 zack. Ich bin nur untergefallen. Nein. Es gibt sich nicht. Es gibt sich nicht. Als zweiter das achte Item. Okay. Nimm alles! Niemals! Hallo! 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 Komm, lass uns gemeinsam! Ich bin nur untergefallen. Nein, Südia! Ich wurde überfahren. Mir geht es noch gut. Lalalalalala. Aua! Ich wurde Südia überfahren. Nein, 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 nein! Aua! Fahr'n wir eigentlich alle gegen den Scheiß da. Mein Gott! Mann! Dieser blöde Bus! Jetzt beleide ich dir nicht den Bus. Der hat auch gefühlt. Nein, hat er nicht. Das ist ein blöder, dummer Bus. Hehehehe. Jetzt beruhigst du dich mal, ja? Nein. Wir sind es lieb zu dem Bus. Ich raste hier gleich ein wenig aus. Wegen dem Bus. Danke, dass ich jetzt die Bananen wegschieß und deswegen vierter werd. Danke! Bitte! Ach, das gibt sich das nicht grad ernsthaft passiert. Ah, warte kurz, ich muss kurzer in Wage Channel gleich... wechseln. Dann geh ich jetzt in den MSF WG. Bus. Bosa, der Fette! Ich fahr jetzt auf der Straßenbahn. Mach' einen Abflug, Toilette. Mach' einen Abflug! Toilette, du Blüte. Habe ich schon mal erzählt, dass er ein sehr, sehr lieber Wolf ist. Der immer nett zu anderen ist, fett zu sein mit Menschen. Ich?! Das ist der Kyrie. Ja. Und er ist süß und knuffig und toll. Boah, das kann sich schnell ändern, wenn man bei solchen Aktionen bist du des Wahnsinns. Mann! Nimm mir die blöde... kleine... Steamjäger das blöde Paket weg. Ich werd von hinten von ner roten geholt. Toll! Na, Spaß! Ja. Hallo! Ah, was nehmen wir denn da? Donut-Ebene. Hallo, Donut! Ich mein... Nein, ich kann nicht hallo sagen. Wie du kannst nicht hallo sagen. Wenn ich die Map aus will, kann ich dich mal hallo sagen, weil sofort dann... Du hast aber gerade hallo gesagt. Aber ich hab einen blauen Fleck. Was hast du gemerkt? Kannst du... Ah, ja, da war... Ich wollte heute für einen Kunden einfach so, dass... So eine Regalplatte aufheben, nett sein... Was passiert? Ich fliege mir voll auf den Oberschenkel. Und der Kunde sagt so... Und der Kunde sagt auch noch so... Passen Sie auf meine Platte auf die... Die ist sehr teuer. Die kostet fast 4 Euro. Oh mein Gott, danke. Wenn meine Oberschenkel tot ist, dann... Das ist ja nicht so schlimm. Echt? Die kostet 4 Euro und darüber fuck er sich ab. Ja. Ich war heute auch in einem Bauma. Ich habe einen Klodeckel gekauft. Ich habe einen Klodeckel gekauft. Der kostet 4 Euro. Nee, der hat 20 gekauft. Ich werde von der dümmsten grünen... Von grün... Dümmsten grünen Panzer geholt. Und es kommt dieser Maulwurf. Ich hasse es. Es gibt nicht das. Du hast die... Wie sieht der alle schnell an sich? Du hast die Strecke ausgewählt. Oh Gott, ist der schlimm. Der kleine Vollidiotin. Der wiegt wahrscheinlich 50 Tonnen. Mit seinem Metall. Das ist da oben. Das ist ein bling bling. Da. Ich will überhaupt was Krieg. Ich mache einen Abflug da. Flöder. Sehr gedacht. Kevin, wir sind jetzt wieder lieb. So. Okay. Frag mich wie lange das anhört. Hoiii. Ne Freunde holt mich! Das war jetzt sehr... Mann! Sexistisch. Gibt es nicht. Ach Gott. Hä? Hä? Ich habe gerade Fehler bei der Datenübertragung bekommen. Keino! Ich muss meinen nachscheuen. Oh. Es ist aber schon öffentlich, oder? Weil Keino kommt. Moment. Ja, ich habe mich nicht... Ich bin nicht mehr gerade ausgefahren. Das hat Nintendo gesagt. Nein, du darfst es nicht mehr mitspielen. Jetzt spiele ich mit irgendwelchen fremden Frauen. Hilfe. Ich will nicht... Ich komme... Ich komme... Suche nach Spielern. Das fängt wieder gut an. Okay. Da bin ich. Wo bist du? Ich spiele mit französischen Frauen. Wow. Also ich muss wahrscheinlich auf dich warten jetzt gleich. Ich nehme eine Mario Kart-Station da. Das ist gut. Bis jeder eine Auswahl getroffen hat. Ja. Das dauert sie. Währenddessen kann ich ja noch ein Video vom lieben Südia schauen. Du bist so süß. 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 Ich komm jetzt einfach während wir aufnehmen Video. Ja. Ich kann aber leider nichts machen weil ich muss auf dich warten. Nein blauer Panzer. ich kann einfach sagen lassen etwas nachsicht bitte okay etwas nachsicht bitte das ist nicht nett was ihr da gerade 3 alle tüten das ist ein unfaire wolf ich bin unfair ich bin überhaupt nicht unfair oh ja du bist du bist viel zu süß für dieses spiel du übertreibst du bist auch viel zu süß für dieses spiel ja ich möchte dich knoppen schrottwichtel game allo akpa musika warum wird mir sowas vorgeschlagen ist das von mit weil die machen immer schottwichteln mit also du meinst schottwichtel oder das von pitts mit von fristen die oft wehners ich frage wie lange soll diese folge noch gehen schreibt sie in die kommentare dann wird die folge wie nie ins wund gibt es geht was kann er sich diese diese französischen frauen sind das wirklich mitspieler gerade ja das sind echte menschen so was gibt es in dem spiel wenn ich ein wenig angst vor ihnen habe weil sie weit ist bei mir spart irgendwie oft was die verbinden hallo so genau mein foto des tags bist du einfach ausgeflogen da ich bin ich daraus geflogen ich hab grad verbindung kurz getrennt und das sucht das so zu machen das ist einer grunde warum ich schwul bin ich habe angst warum sind das ist ein bild frauen sind gollums bin ich hier bei karen ich bin hier bei karen hallo karen ich frage mich halt was jetzt jemand denkt der zum ersten mal auf mein kleid kommt und die dieses video da denkt sich wahrscheinlich so oh mein gott was macht die eigentlich vor videos direkt beim karen cupo nachschauen aha man macht die besten videos auf youtube ok aber oh mein gott dieser karen wissen ist ein fair effect die muss ich gleich an schreiben äh das kann es sein obwohl ich muss sagen in meiner community gab es überhaupt keinen der darüber irgendwie negative kommentare geschrieben hat auch unter meinem furry video gab es keinen der irgendwie gehatet hat ich bin stolz auf euch zuerst schießt du eine grüne auf mich dann schieß ich sie dir schieß ich dir eine gute nach und du wärst sie ab indem du irgendwas schießt bist du das wahns ins wahns ins überhaupt doch noch wahns ins ich bin das wahns ins meine pflanze eine zimmerpflanze ich hasse euch alle jeden mitspieler aus der südia hat mich die beobacht gut gt jetzt kommt die blaue m jetzt habe ich mein vorgebeet das war nicht zwar hinter mir irgendwer ein irgendein fett Irgend so'n scheiß Furfake. Das war ein Furfake, ey. Das war nicht... Das würde ich nicht... Very trash. Aua... Sorry! Aua, mir tut alles weh, ich will schlafen. Ich reche dich! An Wario! Bam! Aua! Ja! Danke! Und danach selbst abschießen! Nein! Ich krieg dich noch! Was, du! Oh fuck, ich hab kein Item. Bitte schieß mich nicht ab. Geh weg! Nein, ich bleib hängen! Ich bin erster... Ja! Ich weiß nicht wie, aber... Hä, warum bist du so weit hinten? Ich wollte eine Abkürzung nehmen über die grünen Rohre, aber dann bin ich im Rohr hängen blieben. Das ist nicht so toll. Nein, warum gibt es die Abkürzung, wenn die nicht funktioniert? Toll! Toll! Warum gibt es eine Abkürzung in dem Spiel, wenn man nur abgebremst wird und die Abkürzung sich nichts bringt? Weil... ... Von... WALTINGE! BAU! All Endings! Ok. Ich war grad in NSFW drin! Warum denn WEPHITZ? Was? Ich war grad in NSFW drin! wo mein jungs das hielt habe ich schon gesehen war toll gesehen ja ich bin auch sein haben du meinst ich brauche kein versuch weil ich bin so schön aber wir brauchen jetzt wo du eine herz will ich oder du eine haben willst will ich auch da mache ich bald ganz viele videos dann mache ich bald ganz viele der schon sie 5000 erreicht am nächsten Tag und nach deinem ersten für die Video in Verschulden 3000 es gibt ja sogar mit wenn ich auch gesehen der hat und die Böse damit schlecht bleibt damit ich denke mir wie kannst du damit was sehen es kommt immer drauf an wie gut die Augen gemacht sind also die Optik bei den Augen ich kenne auch ein Amerikaner mit das Engländer genau ein Engländer der macht auch mit dem Verschuld so in der Art wie wenn aus solche Videos der macht aber richtig gute die alle unverspielen einst so sagen die die coolen Kids von heutzutage erst die verwenden das nicht die verwenden Korall wir sind nicht mehr im jahre 2000 tut mir leid wir sind Korall ja bitte auf damit danke Sporschburg ist cool ja das ist es das ist stimmt Sporschburg ist sehr sehr cool aber Korall war im jahre 2000 Korall jetzt ist es leider überhaupt nicht mehr Korall von Bedeutung her das ist leider keine einzelne Sache mehr muss ich dir kann ich dir leider keinen Depp begeben tut mir leid ich habe gerade ganz oft in einem Video gedappt bitte dislike dieses Video Dankeschön obwohl ich finde Dabbing gar nicht mehr so schlimm wie früher das ist echt schlimm bei uns an der Schule da geht es jede Phase um so I am the one who ever gets back on the street ich kenne den außen text aus wenn die packst nicht nein schrei mich nicht hast du das was du guck mal wir waren gerade genau nebeneinander so wir machen jetzt noch ein Rennen und dann hören wir für immer auf mit Mario Kart 8 wir machen noch ein Video okay ein Video dann darfst du mich nie wieder sehen nein das hat mich nicht ist mir egal das hat die anti-österreichische Leute ausziehen Behörde gesagt die anti-österreichische Leute ausziehen Behörde okay das sind die Leute die die österreicher die anti sind gegen Österreich nicht ausziehen lassen Google konnte nichts finden oh mein Gott sind die so geheim die sind geheimer als Illuminati sondern nicht einfach die Folge die anti-österreichische Leute ausziehen Behörde das geht ungefähr so wenn du einmal was böses sagst gegenüber Österreich oder du sagst so ich zieh aus aus Österreich dann kommt die und du bist verschwunden du du bist weg von der Karte einfach du bist out of map aber du bist doch noch da so wie ich zum Beispiel jetzt gerade du bist doch noch da du bist doch noch da oh ich habe eine Pflanze duk 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 aber wenn du weg bist dann musst du mir sagen wo du bist dann komme ich auch okay okay eben ohne dich will ich nicht bleiben Südo, wo bist du? Da vorne. Ich bin Fünfter, ich komme. Ich bin Erster. Boah, ich hasse diese Pflanzen. Wow, habe ich schon gesagt, dass die Abkürzungen sich hier gar nichts bringt. Was für eine Abkürzung? Diese Abkürzung mehr auf dem Gras mit der Rampe. Da das der Gras ist, wirst du nur langsamer. Das bringt sich total... Ja, deshalb brauchst du da auch einen Dingsbums, einen Pilz. Manche Abkürzungen... Manche Abkürzungen bringen... Manche Abkürzungen bringen nur mit dem Pilz was. Die gerade eben nicht. Man, das bin ich wieder klein. Jetzt bin ich wieder klein. Kleines Knopf. Warum ist der vor mir einfach schneller... wieder groß, warum können nicht alle gleichzeitig groß werden? Das ist voll unfair. So gesehen ist das volle Unfall, weil wenn du schlecht bist, hast du voll schlechte Chancen vorzukommen, weil du immer... als letzter... groß wirst. Nee, das ist gerade etwas rum, der... je weiter du hinterlegst, ist du schneller, wirst du wieder groß. Je weiter du während dem Blitz hinten legst, wirst du schneller, wirst du schneller, wirst du wieder groß. Genau. Oder so. Nee, ich krieg jetzt wieder Brüder. Was für du... Nein! Nein! Haha! Bist roh! Weil du auch mal vorne sein solltest. Ich will, dass du erster bist. Nein, ich will nicht immer erst sein. Wir machen jetzt die ein Plus. Ich habe jetzt einen Stern gegeben. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, aber wir haben gerade einen Stern vergeben. Ihr vergebt bitte einen Like auf dieses Video und ähm, ich würde sagen, den BKIRON darf heute die Absage machen. So. Nein, das machst du, das kannst du besser. Nein, das machst du. Bist du. Mach jetzt! Okay. Es war schön mit euch, Leute. Abonniert diesen Kanal. Dieser Kanal ist super. Und dieser Wolf hier auf diesem Kanal ist doch super und er macht den besten Content auf ganz YouTube. Weil YouTube Deutschland einfach rausstirbt und dieser Typ hier zeigt, dass YouTube Deutschland einfach das Beste ist. Und damit verabschieden wir uns. Tschau, Leute.